Seid mir gegrüßt, ihr höchstfidelen, audiophilen Tontechnik-Enthusiasten! Heute bin ich mit einem lange, lange angekündigten Video zurück, und zwar über eines meiner Lieblings-Equipment-Gegenstände. Es geht um das Behringer Euphoria UMC404HD. Das ist ein Interface mit nicht nur einem und auch nicht mit zwei oder drei, sondern mit vier XLR-Eingängen. Und wenn sie nach der Werbung noch dran sind, bekommen sie noch 192 zusätzliche kostenlose. Das Behringer Interface wird euch zum aktuellen Zeitpunkt bei eurer ersten Million um ziemlich genau 97 Euro zurückwerfen. Allerdings kostet das Ding normalerweise ungefähr 110 Euro, deswegen würde ich an eurer Stelle, wer auf der Suche sein sollte, schnell zuschlagen, denn ich weiß nicht, wie lange das noch für 97 Euro zu haben ist. Durchaus möglich, dass es demnächst wieder um die 100 bis 110 Euro kostet. Nicht sagen, ich hab's euch nicht gesagt, ja? Natürlich findet ihr Links zu diesem Gerät, wie auch zum Rest meines Equipments, in der Videobeschreibung. Wenn ihr aber auf der Suche nach einem Interface mit weniger Kanälen für weniger Geld seid, weil ihr einfach keine vier Kanäle braucht, sondern nur einen oder zwei, dann empfehle ich euch, schaut euch mal das UMC22 oder das UMC202 an. Die haben sehr ähnliche Technik verbaut, wie gesagt, nur weniger Eingänge und kosten dafür viel weniger, teilweise sogar weit weniger als die Hälfte. Was auch noch extrem nice ist, Behringer bietet auf dieses Interface bis zu drei Jahre Garantie. Das ist praktisch. So, ohne die technischen Daten jetzt im King Kong Format runterzubeten, nur hier schnell die beiden interessantesten Zahlen. 192 Kilohertz und 24 Bit. Das ist absolute Studioqualität. Normale DVDs mit 5-Kanal-Surround-Sound zum Beispiel werden in der Regel so mit 48 Kilohertz gesampelt. Dieses Ding bietet 192 Kilohertz. Außerdem würden sich Audio-Enthusiasten nach Aufnahmen in 24 Bit alle zehn Finger lecken. Normalerweise sind CDs mit 16 Bit gesampelt. Ja, das Ding hat auf jeden Fall Studioqualität. Lasst uns mal rausfinden, was in der Verpackung so alles drin ist. Das Behringer mit dem etwas umständlichen Namen Euphoria UMC404HD kommt auf jeden Fall mit einem Netzgerät, falls man es an einem Tablet oder Handy anschließen will, dessen USB-Anschluss nicht genug Saft liefert. Normalerweise wird das Ding über USB mit Strom versorgt. Wenn aus dem USB nicht genügend rauskommt, gibt es hier einen Netzadapter. Außerdem bekommen wir ein USB-Kabel zum Verbinden mit dem PC und eine kurze Anleitung. Und sonst? Nix. Was allerdings in digitaler Form mitgeliefert wird, weiß durchaus zu gefallen. Denn über die Homepage berninger.com bekommt man nicht nur die benötigten Treiber, sondern auch tonnenweise VST-Plugins. Nämlich 150 Effekte und Instrumente. Außerdem Software für Podcasting, Audio-Produktion und Recording. Kleiner Tipp. Das bekommt man auch ohne so ein Interface zu kaufen. Wer also auf der Suche nach Gratis-Software oder Plugins ist, vielleicht mal da vorbeischauen. Nur so am Rande. Fangen wir einmal auf der Rückseite an. Da finden wir nämlich die Anschlüsse, die zumindest ich für meinen Teil eher selten brauche. Hier gibt es nämlich einmal die Effect-Inserts. Das bedeutet Anschlüsse, an die man pro Kanal Effektgeräte mit 6,3 mm TRS, also Klinkenstecker, anschließen kann. Als nächstes finden wir die Ausgänge für Aktiv-Lautsprecher. Und zwar einmal in XLR und einmal in TRS-Ausführung. Wobei die XLR-Buchsen balanced sind. Also die Masse des angeschlossenen Gerätes auf die Masse des Interfaces bringen und somit Störgeräusche wie Summen und Brummen verhindern. Daneben haben wir noch Playback-Outputs, die demselben Zweck dienen. Man kann also ein zweites Paar Aktivmonitore zum Beispiel in die Sprecherkabine stellen und ansteuern. Das ist definitiv nice to have. Dann kommt da der Phantomspeisungsschalter, mit dem wir die Phantomspeisung an den XLR-Anschlüssen ein- und ausschalten können. Zu allem Überfluss bietet das UMC404HD noch MIDI-In- und Out-Anschlüsse im DIN-Stecker-Format, um zum Beispiel ein Keyboard oder einen anderen MIDI-Controller nahtlos in die Signalkette einzubinden. Ansonsten bleibt nur der USB-Anschluss, über den das Gerät mit dem Rechner verbunden und mit Spannung versorgt wird. Und daneben der Power-Anschluss für das Netzteil. Und für die Leute mit etwas paranoiden Anflügen gibt es auch noch ein Kensington-Lock, um das Ding am Tisch festketten zu können. Wer es braucht. Hat eigentlich schon jemals jemand so ein Kensington-Lockteil ernsthaft verwendet? Du vielleicht? Oder du? Oder du? Ne, das glaube ich euch eh nicht. Das Gehäuse ist komplett aus Metall und schützt die Innereien wirkungsvoll durch die stabile Konstruktion. Davon abgesehen sieht es einfach nur professionell und schick aus. Auf der Unterseite gibt es Gummifüße, damit das Ding auch da stehen bleibt, wo man es hinpackt. Bevor wir nun aber zur Vorderseite kommen, möchte ich euch noch kurz auf den CPSSL hinweisen. Das ist mein Community Power Support Squad Link. Das ist einfach nur ein Link, den ihr übrigens in der Videobeschreibung findet, mit dem ihr auf die Startseite von Amazon kommt. Diese Startseite legt ihr dann einfach bei euch unter den Favoriten im Browser fest. Und jedes Mal, wenn ihr bei Amazon etwas suchen oder kaufen wollt, geht ihr über diesen Link. Denn ich bekomme von Amazon jedes Mal, wenn etwas gekauft wird, eine kleine Provision. Dadurch ändert sich natürlich der originale Kaufpreis nicht. Aber dadurch könnt ihr diesen Kanal und sämtliche Sachen, die gezeigt werden, beeinflussen, unterstützen, ohne auch nur einen einzigen Cent extra dafür auszugeben. Das ist absolut Win-Win. Aktuell ist die Kampagne CPSSL auf Erfolgskurs. Ich denke, wir werden in ein, zwei Monaten spätestens das Shure SM7B, was übrigens ein 400 Euro teures Mikrofon ist, reviewen können. Und zwar unabhängig. Ich muss es mir weder ausleihen, noch zuschicken lassen, noch, keine Ahnung, ich kann es kaufen. Und somit meine komplett unverfälschte Meinung über dieses Mikrofon kundtun. Ihr wolltet wissen, was das Mikrofon taugt. Wir werden das miteinander rausfinden. Es ist noch ein paar Euro hin, bis dahin. Aber ich sage euch eins, durch den CPSSL schaffen wir das. Denn ihr habt da schon so ordentlich draufgeklickt und benutzt den Link auch. Es werden immer mehr Leute, die den benutzen, habe ich das Gefühl. Und dadurch geht das immer schneller. So können wir in Zukunft auch mal teureren Scheiß reviewen. Eine Kamera oder einen kompletten Rechner. Und das Geilste ist, wenn es Sachen sind, die ich nicht für mich selber brauchen kann, dann kann man sowas auch verlosen. Also, CPSSL, Community Power. Nun aber weiter im Text. So, die Vorderseite. Natürlich fangen wir mit dem Offensichtlichen an, nämlich den vier XLR-Kombibuchsen. Diese sind einerseits für XLR-Mikrofone mit zuschaltbarer Phantomspeisung ausgestattet und bieten andererseits, wie der Name Kombibuchse schon vermuten lässt, eine zweite Anschlussmöglichkeit, nämlich TRS. Das ist übrigens die Abkürzung für Tip Ring Sleeve und beschreibt einfach einen Klinkenstecker. Jeder dieser vier Eingänge ist einzeln regelbar. Außerdem verfügt jeder Kanal über einen PET-Schalter, der das Signal um einiges abschwächt. Leider ist nirgends ersichtlich, um wie viel Dezibel abgesenkt wird, aber es wird definitiv leiser, wenn der Schalter gedrückt ist. Direkt daneben kann man mit dem Line-Inst-Schalter bestimmen, ob an der Buchse ein Gerät mit Line-Pegel oder mit Instrumenten-Pegel angeschlossen ist. Unter diesen beiden Knöpfen ist das Geheimnis der UMC-Interface-Serie aufgedruckt. Der Grund, wieso diese Dinger so phänomenal klingen und trotz ordentlicher Verstärkung so wenig rauschen, da steht Midas. Was klingt wie ein Apostel aus der Bibel, ist in Wahrheit eine uralte Verstärkertechnik, auf die schon Größen wie Elvis Presley gesetzt haben. Midas ist also nichts, was eben mal entwickelt wurde, um in das Interface gepackt zu werden. Da steckt einiges mehr dahinter. Davon ab gibt es pro Kanal noch zwei LEDs, die uns anzeigen, wenn wir laut genug quatschen oder zu laut. Diese Anordnung gibt es pro Kanal einmal, also insgesamt viermal. Als nächste Abteilung finden wir was, was besonders für Sprecher interessant ist. Den Mono-Stereo-Schalter. Steht er auf Stereo, kommt in der DAW, also der Digital Audio Workstation oder auch einfach nur Aufnahmesoftware, nur ein Kanal an. Meist der linke. Wenn eure Aufnahme also nur auf einer Seite ankommt, schaut mal nach, ob ihr so einen Schalter habt. Hier einfach auf Mono stellen, dann kommt auf beiden Kanälen was raus und alle sind happy. Darunter gibt es die MIDI-In- und Out-LED, die uns signalisiert, ob ein MIDI-Signal durch das Interface läuft. Das kann sehr praktisch sein, wenn man zum Beispiel auf der Fehlersuche ist. So, drei Regler haben wir noch. Steht mir bei, wir haben es gleich geschafft. Der Mix-Regler ist dafür da, um das Verhältnis zwischen Mikrofon und Soundquelle, also PC, einzustellen. Darunter der Main-Out-Regler, der bestimmt, wie laut das Signal auf der Rückseite am Main-Out Richtung Lautsprecher ausgegeben wird. Und der Phones-Regler, Regler, der ebenfalls die Lautstärke bestimmt. Allerdings diesmal vom darunterliegenden Kopfhöreranschluss. Der Monitor A, B-Schalter bestimmt, welcher Ausgang auf den Kopfhörer gelegt wird. Drückt man den Schalter, ist das Signal von Kanal 3, 4 auf dem Kopfhörer. Ansonsten hört man Kanal 1, 2. So, meine persönliche Meinung zu diesem Interface ist, naja, mein erstes Interface war auch ein Behringer Interface, aber es war das Xenix 302. Das ist ein Interface mit den gleichnamigen Preamps. Das bedeutet, da sind Xenix Preamps drin. Diese sind okay, weil sie eine ordentliche, wirklich ordentliche Verstärkerleistung bieten, aber leider sind sie nicht gerade rauscharm. Das heißt, die Dinger, die rauschen richtig ordentlich laut. Im Verhältnis zu allen meinen Interfaces ist das definitiv das lauteste. Im Vergleich dazu, die neuere UMC-Serie mit den Midas Preamps, das ist schon mal eine ganz andere Liga. Die haben ähnlich gute Verstärkerleistung und trotz dieser starken Verstärkerleistung wird da kein Rauschen indiziert. Indiziert? Indiziert. Produziert. Ja, whatever. Das ist ein kurzer Soundcheck mit dem Behringer UMC 404 HD und dem Rode Procaster, das bekanntermaßen ein Mikrofon ist, was ziemlich viel Verstärkerleistung braucht, da es ein dynamisches Mikrofon ist und relativ wenig Ausgangsspannung bietet. Die Einstellungen aktuell sind hier auf ca. 3 Uhr beim Pegel des Behringer und die Sprechentfernung ist auch vollkommen normal. Wir hören uns jetzt mal ganz kurz das Grundrauschen dieser Einstellung an mit dem Mikrofon. Man sieht, da ist nicht so viel Rauschen zumindest. Das ist gut. Ich werde den Pegel jetzt mal noch ein bisschen erhöhen und zwar auf, sagen wir mal 90%. Okay, das ist 100%. Und das ist das Rauschen, das wir bekommen. Ich denke mal, jetzt hört man meinen Kühlschrank schon sehr deutlich. Wäre natürlich auch noch besser, wenn ich das Mikro nicht in der Hand halten würde. Aber wie gesagt, das sind 100%. 100% Pegel. Und davon abgesehen, klingen diese Verstärker und dieses komplette Interface an sich einfach nur phänomenal gut. Und der Kopfhörerausgang hat auch ordentlich Power. Also ein 80 Ohm Kopfhörer wie mein Biodynamic DT770 Pro ist für dieses Ding absolut kein Problem. Wer übrigens das Review zu dem Biodynamic Kopfhörer sehen will, Genau da. Sämtliche Regler an diesem Interface fühlen sich hochwertig an, lassen sich sehr angenehm bewegen und drehen und laufen dabei sauber und kratzfrei. Also wenn man die bewegt, dann wird kein Knacksen oder Kratzen oder Rauschen in der Aufnahme hörbar. Wie gesagt, ich liebe dieses Interface. Von A bis Z einfach geil. Das Einzige, was mir nicht passt, ist, dass man die XLR-Anschlüsse alle nur gleichzeitig mit Phantomspeisung versorgen kann oder eben ohne. Das ist insofern blöd, weil wenn ich ein Review machen möchte, wie zum Beispiel ein Vergleich zwischen einem dynamischen und einem Kondensatormikrofon, dann muss ich an einem Kanal Phantomspannung anlegen und am anderen besser nicht. Das ist nicht so einfach möglich, wenn man nur alle ein oder alle ausschalten kann. Da hätte ich mir vier separate Schalter gewünscht, um das zu schalten. Blöd, dass das nicht geht. Dieses Interface benötigt übrigens einen Treiber. Es funktioniert nicht wie das Xenix vollkommen treiberlos. Man braucht tatsächlich einen Treiber. Ich habe es auch, weil ich neulich danach gefragt wurde, mit Linux Ubuntu Studio ausprobiert. Ich habe es geschafft, ohne Treiber eine Aufnahme zu machen. Die wurde sichtbar in der Timeline, aber ich konnte es nicht abspielen über das Interface. Also, ich konnte auf Play drücken, es ist gelaufen, aber es kam nirgends was raus. Also, es muss irgendwie funktionieren. Ich habe das nur auf die Schnelle nicht hinbekommen. Linux User. Wer sich auskennt, kriegt das mit Sicherheit hin. Gut, nun wisst ihr Bescheid über das Behringer Euphoria UMC404 HD. Hier oben seht ihr nun ein Video, von dem YouTube denkt, dass es genau das richtige Video für euch ist. Und hier unten findet ihr meine Equipment Playliste. Und irgendwo hier, denke ich mal, könnt ihr mich abonnieren. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Es war cool, dass ich mal wieder hier war. Ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Bis dahin, macht's gut und ciao. Ist da der Bildstabilisator ein? Toll. Das brauche ich ja. Das brauche ich ja. Vielen Dank.